wenn ich schon kaffee jetzt sollte ich jetzt was was ist denn das mit dem server das leckte von die hölle der blaue von der seite ab nur ein kratzer beziehungsweise danke für die blaue hier ist ein blauer mucki down ich will weiter geht nicht ins haus da ist noch ein blauer sind jetzt auf keinen fall reingehen ich habe ein 30 leben ich habe problem wenn ich strecken blauer rechts ums haus pass auf der holt von rechts kommt zurück kommt zurück wer auch immer da vorne ist von rechts kommt noch einer da die hier in der nähe von der basis oder was ja diese schüssen gefolgt rechts ist auch noch einer der paioi verschwunden im norden da unten läuft er in polma geweckt damit sich lohnt also sehr schön danke du böser junge daneben das hat gesessen das sieht immer so gut aus das war geil oder das trifft mein humor die blauen haben sich echt raus getroffen oder ein bisschen eier gezeigt immer zu den POIs oder danke silencer die sind ja leer bis dahin theoretisch ja gut dann gucken wir uns ein bisschen durch die scheibe an wir sind übrigens mittlerweile das zweitstärkste team wir haben gelb überholt mit den kills irgendwas zu reparieren ich habe zwei oder holzer steine ich habe eventuell ein bisschen wenig stoffen mitgenommen ich habe holz und steine dabei die habe ich immer im inventar hinter uns ist ein blauer richtung nordosten haut jetzt gerade ab ja jetzt ins leben leute ich halte mich voll im hintergrund zubel dauerung nicht erledigt sehr schön wolf rechts und auf der straße vorsicht alles und jürgen doch hier soll nicht alle steine steine holz lasst das mal demonstrativ auf der straße machen ja ich habe alles so fast bei drei sekunden regel ja du sollst sie aber nicht in den mund stecken ich würde gerne mein geld kommt ja okay hat mich gesehen schade ja ich habe gehört sind die denn welche richtung ich habe fünf sperre und 36 jetzt gelb ist rechts oben auch leute zieht euch ein bisschen raus ich habe auch gerade einen gefangen hier kommen wir nicht raus ist doof kommt hier raus auch dann kommen die gelben ok ich treffe nicht treff ich nicht wir sind hier viel zu offen wie sieht meine statistik eigentlich aus und der 20 kills was ich für die liste anbieter war so schön ja so kennt man mich 21 player kills na ich arbeite mich hoch ich habe nur 18 wo seid ihr? wo seid ihr? wir müssen uns organisieren da hinten kommen sie nämlich das ist voll in Ordnung ne! 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 ne screams ne! ne! ich lasse uns mal in richtung bett gehen bitte okay ich werde nicht kämpfen noch nicht jetzt und wo habe ich denn jetzt wieder wahnsinn wie sie ist die nicht durch eine gesteck fisch aller kackfisch job vom team und wieder eine community leistung 18 euro von gonski aber dankeschön kleiner als drei und die 17 machen wir dann auch noch vor eine grunde so machen wir das im outland 17.000 10 euro genau wie konnte ich das nicht treffen die blau müssen in der nähe sein nicht vorne ziemlich schnell schon wieder vorbei gibt es doch nicht schön ich schaue ja mein ego ist gerade angekratzt kommen zurück der mit drei 36 36 38 38 für die tonen ist dann was ich bin am wenigsten gestorben ne poky jones 8 gestorben aber sind verfolgt werden verfolgt ja lasst sie ein stück zurückkommen ich muss erstmal ja nicht dass wir uns dann gleich aufklären ich kann wieder du mal so als wenn du zurück rennst ich falle in den rücken an der häuser ecke hier zieh die mal ein stück zurück wieder die strafe überhaupt also auf keinen fall mehr straßenfalls leute im gelände das ist zu offen weil da kann sie sich von rechts links wie ich jedes mal aufhängt ins gesicht aber hat verlebt vollfressen wo nicht nehmen alles ich treffe die nicht ich werde ich stehe mittendrin in denen ja immer von flanken flanken das auto naja aber erstanden wieder weg also eigentlich hätte ich mir ein baseballschläger bei der wischen eigentlich hätte hätte wäre schön also leute im norden vor unserer base laufen sagt bleibt bitte hier alle gemeinsam nicht einzeln die sind nämlich da hinten alle im gelände er kommt hier um die ecke scheiße 19 24 ist wieder mal schlau kann ich so nicht dulden wir halten uns halt fern von dem puys das ist ganz schlecht deswegen geschlossen rein laufen wer auch immer da oben was jungs wir brauchen ja ich komme aus schalke steep unter sobald ich hoch danke captain phantase nun einfach nur mal hören wie die key sagt ja ja wir sind direkt vor der haustür alle ja die hat uns aufgeklärt ja das nachladen das dauert einfach zu lang da hast du einfach nur einen einzigen schaffen wie kann das nicht treffen das leckt halt auch für die hölle ja der fall war drauf mit ihm und korn ritter der kokusnuss ja total captain phantase dankeschön allerdings noch wir haben 17.000 alter seid ihr dann bekloppt wahnsinn vielen dank vielen 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 dank rechts vom gebäude sind sie ja von dem rathaus oder was es sein soll ziehen sich jetzt aber gerade zurück näher rechts vom vom rathaus sind sie immer noch höhe vom vom volise gebäude 625 auf der straße stehen sie gesagt nicht den fehler machen locken lassen im gebäude dahinter sind sie jetzt also ich weiß nicht wer steht davon an der häuser okay wenn du jetzt links rüber schaust in dem zweiten gebäude hinter der 625 da stehen sie läuft jetzt nach links rüber einmal weniger meister lampe außerhalb also zwei weniger knack pau nacken weh egal für kinderherzen kleiner als drei alles klar ja lass uns mal ein stück zurückgehen danke klar bei sind da und der rest hat sich zurückgezogen zwei habe ich gekillt der rest sehe ich nicht ja mehr sich bei mir schlägt immer noch was ein ja hier sehen wo ansage ich nicht gerade zu auf der straße richtung morgen kommen gelaufen der rück nach lassen mal zurückgehen dass wir uns nicht sieht oder hat das schon ja er kommt das nachgelaufen kommt von norden über die hauptstraße wo wir stehen läuft der reine könnte den rücken fallen ich habe hier gäste irgendjemand schießt von außen ich weiß nicht von wo irgendjemand sitzt hier rechts links irgendwo aus das war ich das war nix ich bin ein haus rein um mich zu retten vor dem schuss und bin direkt eine stachel direkt dahinter war die man nicht als man im rechts haben wieder ein blauer rechts kommt wieder blau auf euch zu morfen ist ein blauer auf dem weg auf dem weg auf dem weg auf dem weg hat ein bisschen hin dass auf mich schießt dann kannst du dich anschalten von der seite ach verdammt oder noch mal frei geflogen oben auf dem dach ist ja irgendwo steht einer hier wo ich bin oben auf dem dach ja ich habe ihn gerade gesehen danke doppel vor ohne da hätte ich doch die diesjährige charity verpasst ist noch mal glück gehabt ja komm wo soll er sagt der köpfchen kommt auch noch wohin kommt auch noch dazu vorsicht ich bin auch grün direkt bei mir das ist halt auch ja gut aber die hat auch nicht der pure eis um 18 uhr ist fertig ja ja aber es ist schon wenn wir um 18 uhr sind das alles andere davor für scheiße kills ich gehe noch mal eier loten wenn das ok ja oben in der es da er hat problem sie ja drei blaue er drei blauen drei grüne wo bist du wo ist es hier bei der 6 25 links und rechts jeweils also einer 333 grüne rechts vom 6 25 er gebäude ich wollte schon eine gabel dazu reichen ganzen später fragen ob er eine gabel noch hätte haben wollen jetzt hat jemand die ganzen vogelnest damit gemacht oder blöd nicht verantworten ist okay es gibt zwei arten sein leben oder kommst du da so als wäre nichts ein wunder oder sein als wäre 150 einsteig heute sind wir alle das wunder boah das ist unglaublich danke für die schönen das sind so wie heute kleiner als drei das ist mega krass ey vorhin habe ich 5000 äh die frau rauscher aus der klappergas die hut die wahl am ein auf des von rauscher hochs vom alte kind das klärt die polizei chefin ist die beste nur bei robin hud sollte sie nochmal nachhilfe holen ah kleiner als drei immer die nachlade bei mhm aber wo sind sie denn jetzt haben sie sie wieder zurückgezogen oder was ist da los im welchen naja naja ich höre sie sind glaube ich immer noch in der 625 und schleichen sie mal ein bisschen ran wie viel wie wenig vogelnesta gibt es in dieser welt ja ja einfach ja einfach nur ja fluch gebrochen dann gehen wir noch mal zärtlich nach oben herzlich herzlich ja ganz wichtig zärtlich zu essen haben ja also ich mach grad noch ein bisschen gegrillte fleisch ja 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 wollte ich mich gerade sagen bitte nicht alles verkraften weil das schon ein unterschied ist ach du bist da oben ich wollte schon mich aber ich hätte auch noch mal für wir wollen und alles ich wollte mal gucken richtung norden zwei vor dir zwei rechts von hier zwei blaue wenn ihr es von der rechts rechts in einem baum dann können wir das mit einem skrippen und machen uns davon auch wieder was danke nebel hugo kleiner als drei kleiner als drei klar gut als drei das sehr gepasst ich habe einen angefragt das sind noch welche zwei stück noch dazu kannst du gerne hier noch ein bisschen zurückziehen ich hänge hier oben am fenster vielleicht wo sind sie richtung norden also da wo ich bin noch ein stück richtung norden außerhalb oder in stadt so halb im wald halb auf das in der stadt aber eher rechts von der stadt ist nein mach ich dann hat mich gesehen ist es nicht schlimm ich komme jetzt dazu ich habe gerade bei mir ob wir die 20 kv nur schaffen gute frage jetzt pass auf wir wollen es direkt zwei blaue hier macht ich dachte macht ein pfeil turnier ist okay wenn er den vorteil und grüne sind auch ok das kriegst du zurück hier ist kriegst du zurück bei kabul für ersten grüner ja wo ich alles geheilt habe ich im film gleich ins hin getötet riecht das kommt doch noch wer oder nicht scheiße hier sind leute auf jeden fall schritte ja groß ist halt scheiße ich brauche höchsten platz also ich würde gern ungern hier weiter halten hier oben wo ich ein gebäude die sollten drin setzt das ist eigentlich ganz cool da kann man ganz gut von oben herunterschießen ja aber ich kann mich hoch über treppe wir treppen aus ganz normal das gebäude rein wird von nord und noch ein neublauer zwei blau über nord ich treffe auch nix auch als ob das ist wieder ziemlich zurück hat nicht gereicht ich bin richtig da nicht nur so halb wir haben übrigens 1400 points bei uns in der kiste ja erst mal das armbrust munition schrot munition geht noch langsam so ein bisschen aus kannst du meinen schrott benutze ich nicht oder so gut wie gar nicht links ist auch noch links achtung blau hinter uns blau hinter uns im gebäude nein habe ich ihn erwischt aber das kann doch nicht sein ich lade zu lange nach wir dürfen uns keine schrotwaffen bauen noch wir haben schrotwaffe um diesen schatz zu mir gefallen wenn wir noch mal da oben hingehen sollten spikes in der leiste zwei treppen aus einfach sprechen ja das ist okay jungs können wir aufhören da zu halten die anderen hoch ja danke aber ich muss auf den zahlgiensten spiele aufs spiel schimpfen das tut ja jeder eines fd ist es halt schon schwierig das muss man einfach halbe sekunde hat da gefehlt ja ich weiß es war fast durchgeladen das problem ist halt einfach dass dieser shotgun eine unglaubliche ladezeit hat er ja also das ist richtig du hast einen schuss und wenn der nicht sitzt vorbei richtig die gerade uns ab ruf ich nicht haben wir gerade also sah so aus als wären fall reingeflogen das war nämlich scheiße auch komm ich bin ist nie wirklich da unten rein nein er ist in die stachel falle gelaufen also ich muss sagen das wäre ja schon da ja was machen wir auch immer zu dem preis rüber und schalten und links um über die ja aufhören da rein zu gehen und die zu finden weil wir immer wieder einzeln rein laufen gerade das ist ganz schlecht ich sehe hier schon wieder gegner richtung norden ja lass uns doch nicht zwei truppen zwei hauen sich da gerade da sonst doch mal nach westen richtung grün und von daraus wieder auf die pioeis laufen und nicht richtung blau da also nicht nach norden sondern nach westen chaos wo die shotgun die selbst schon fände und den bogen haben wir am anfang bekommen ich kann davon nicht mehr gerade da muss ich leider sagen die schwung schnitt wenn ich so weit vor du bist alleine stehen damit die anderen sind noch hinter ja die stehen vor allem nicht das so richtig sehr rechts von der stadt stehen blauen etwas weiter hinten links grün oder gelbe habe ich jetzt nicht genau hier ist egal wir wollen um 18 an den freund sein wo die dann sind kann uns ja egal sein ob da wir holen dass wir können oben alles looten das ist das war was die vielleicht zielen ach die wissen wo ich bin misst ich auch nicht ab weil ich kann hier rauskommen so meinst du die wollen durchbrechen bis zur basis ja das ist meine vermutung das wäre jetzt meine priester da ist nordisch hat der gerade beleidigt drei schweinepriester also ja habe ich habe ich stehe auch dazu das ist ja von links habe ich gesehen da kommen jetzt raus wer hätte das angeahnt zwei mal vorbei einfach toll und ja natürlich nebel was erwartest du dazu gar kein nebel sehr gut so zwei habe ich ich sehe nichts ich habe auch nur 26 feilen wassers das ist der sinn eines nebels ja alle haben wir zu hause noch genug normale eisenfeile kannst du nach kraften würde dann die schmiede gehauen dafür müssten wir ja es wird ein bisschen eingeschmolzen ich habe alle dosen und alle schrauben federn rohre und so weiter alles klein naja ok gut ja genau wie war denn jetzt der plan oder warten oder was was denn jetzt mit den gegnern da liegt ein hühnchen bei mir wenn er ein messer hätte ja warte muss ich bin da den stein gemacht so was ist die kommen ja um achte nur erst wieder doch ja und ich bin tot walten weil ja weil ich umgelegt worden bin ich war hier am hühnchen auseinandernehmen plötzlich pop war ich tot mit einem schuss ein schuss oder schlag oder keine ahnung da war von wo der weiß ich nicht kann ich dir nicht sagen dachte ja du wärst noch da auf der ecke gegner sonst waren meter daneben am hügel deswegen bin ich gerade ja ich denke mal ich denke mal mit einem pfeil irgendwie mit irgendwas weil doch mit einem brust also ich habe nichts gehört und bogen haben wir fertig getötet chicken truck games for you ist der grünes team ich glaube gelb okay grünes team hatte zwei komforten und aufgerüstet das war jetzt aber nicht nett dieses spiel soll auch nicht sein auch das soll nett sein ich will den abend genommen werden die wir lieb gehabt werden hier im spiel einfach bald abend nehmen sagen die bei den bären immer ein hase drin weil das cool ist das kind während der hase kennst nicht ja nicht so ich wollte gerade schießen bitte nicht also ich sehe gar nichts und das liegt jetzt nicht nur an dass kein gegner da ist sondern nebel das ist korrekt dem ist korrekt ja da ist das oder sind mehrere achten scheiße dann kannst du ganz welle angerollt richtung südwesten süden riesenleck da kam richtig gerade material an habe die falle fliegen sehen ja auch und ich habe die leute dahinter noch gesehen da kommen von nordwesten das ist unser 2 oder was grüner grüner ist papier drei am eingang von hinten kommt blau von ihm kommt blau achtung wir sitzen in der zange danke niemand bestimmtes leute hier bei mir sind drei blaue ja ich komme achtung aufs maul danke macht weiter so tolle an die drei drei sagt man bitte was an ihr sagt müsst ich verstehe es auch nicht die sind in dem shoppingladen ein bisschen hinter und kostet mich auch das letzte ist hier nicht verschwendt habe nicht viel doch gern drum halte den kindern krankheit fern wir sind übrigens nur ein kind hinter blauen ja also wir sind gerade tatsächlich dabei zu erreichen hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir zu erreichen habe ich perfekt das war ja siehst du so soll es ein ich bin so schlecht zu fuß da hinten kommt noch einer ist noch einer vom berg um richtung süden hinter py3 ist er genau und von rechts richtung südwesten achtung straße südwesten zwei leute wir haben hier fallanschuss seid ihr irgendwo in der nähe ich bin nur 130 meter von mir hängt doch nicht da rum wir sind so viert an einem menschen richtung wer war das von uns hoffe ich doch dass einer von uns war ich bin so dämlich ja klar drei kilometer entfernt und sie treffen mich und dass die synchronität ist sie bringt mich um das ist das problem das ist am ende ist die kugel in deinem kopf die die umbringt ein grün bei uns hinter dem admin palast hätte ich fast gesagt da sind vier grüner ein bisschen aufpassen wir sind gerade so ein bisschen rücken fallen massiv so unter der zahl sehe ich blau im süden wir sind jetzt gleich in der mangel vielen lieben dank nochmal halt dich zurück halt dich zurück warum lockst du ihn an warum lockst du die an lass sie einfach aufeinander treffen achse 90 kaffee gehört getrunken jetzt sind die sowieso außer reichweite jetzt greifen sie an die kaffeekasse ausgefegt muck kommt auf mich haute kleiner als drei kleiner als drei oh drei grüne aua drei grüne auch auf dem hügel ich sehe es der compoundbogen trifft hart ja danke nebel hugo gerne weitere 5 euro kleiner als drei blauer hinter uns blauer hinter uns südost ja diese grün am pui zwei blaue südost in der straße noch mehr scheiße das ist jetzt nicht so ich habe rechts vor mir zwei grüne und die drei roten blauen hinter mir also bitte steht ein brück von drei blauen lassen wir mal zusammen zurück ja gut da mich gerade noch ein bisschen hoch ich bin ich bin auf dem weg zu was leben wir in der straße kommen wir uns hier an der ecke so ein bisschen ach so ne wir sind wieder auf der straße das ist ganz schlecht hinter uns ist blau unterwegs ja ein blauen habe ich geknichtet da ist hinter uns direkt einer hat sich zurückgezogen danke so ist das in der welt der eine hätt den bütel der andere hätt das geld henoch wart ent ist fach fun die w jucht das für de kinners weniger als drei kleiner als drei kleiner als drei nein das gibt es doch jetzt nicht mit der faust oder was ja der eine macht das gibt es doch nicht wir haben hier noch einen gelben neben uns mit der faust durchgehauen ey aber wenigstens noch zwei blauen mitgenommen wenigstens das noch ich habe hier ein gelben an meinem lichter oh ja die haben mich auch 19 uhr komm wie konnte ich das verfehlen na ey lex mir an was nein warum sagst du sowas keine ahnung weil du das gesagt hast habe ich nicht mehr klar das klingt so falsch oder schnitzel da kommt was achten wir da uns ja mach weiter ich habe noch ein paar feine so meinte ich das nicht die peusel übrigens wieder voll jetzt da kommt da ist keiner da ich schlag dahinter ist keiner da ist mal wieder in den einen voll reinzukommen und die kippen zu holen also das ist schon schwierig mit pvp ehrlich gesagt weil diese die sind nicht da wo sie dargestellt werden nein das war bei seven days schon immer das problem achten das geht immer das war schon immer schwierig der name ist aber auch gut weißt du mir jetzt mal zurück alter wenn ihr das Adrenalin wer braucht schon kaffee das zeug hier ist besser die schleichen schon wieder irgendwo grüne rum wo wir sonst immer aufschlagen von herzen gerne für die kleinen zwerge smiley ja dann um dankeschön bin an dem bären pio ein grüner ist auch hier also ich würde die taktik auf jeden fall noch mal fahren in der nacht so zinge aufzubrechen gleich jetzt muss die pio ist aufgefüllt sein ja das wäre die nacht ich komme wieder dazu der schleicht ja um mich rum die kämpfen hier rum die ach du grüne nein au nein ich bin tot das war's massi hi ach du zwischen grün und blau das habe ich mir schon immer gewünscht du machst doch sowas weiß ich nicht ich stehe da drauf auf wo sind sie was passiert du bist grün und blau geschlagen Leute in der nachtrichtung einfach für mich zu orientieren ja da ist noch mal grün also auf der ecke wo ich bin sind grün und blauen gange im nordwesten ist eine bogenschütze in grün ja siehst du schon ok von rechts kommt noch ein grün angelaufen hoppsi das war mein bedürfnis da hat noch einer grün ist eine drin den müssen wir aufhalten welche welche kammer da ist auch das ist noch mehr das ist kann man keine ahnung was ist hier ich glaube ich direkt an der basis der grünen abschließende typ oben auf der kiste macht ihr ich verteidige draußen in richtung nordwesten soll ich die 110 wenn du sie nach hause bringen kannst ich verteidige zwei grüne weggenommen zweimal schnitzel verprügelt ich habe keine steine mit zum reparieren das wird eng hast du steine hier unten drin da kommt ein neuer grüner ja das ist der die ganze zeit herum ist afrika steine da kannst du mir welche reinbringen entschuldigung könnt ihr mich bitte erst aus dem pi rauslassen ich musste rebooten weil ich durch meine eigenen frames gefallen bin ich würde ganz gerne wenigstens raus und weil ja vorne jetzt gleich und dann wir kacke ja 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 dann nein auf jeden fall kostet drei steine die kann reparieren braucht ich habe zwei steine ja das reicht mir aber wirklich so ich bin er ist auf und hat erst unter euch die grünen kommen außen okay ich komme ja so steinig wo bist du denn unter dir ich habe die steine gedroppt ich bringe jetzt die 100 gold weg alle alle im norden auf dem erdwall ich habe ihn wenigstens auch erwischt äh ja äh ja er hat getradet das war ein trade das ist jetzt wahl ich kann es noch ich kann es noch alles gut ja ich werde hier drin geschossen im todes moment jemand mitnehmen äh wollen wir noch jemand mit armbrust ausrüsten oder so ich habe hier probleme ich werde beschossen ja ich wäre zu hause und bringt das geld zurück ich bin mit dem tod okay okay die holen sich jetzt den tausender aber der hat noch 2000 leben also die müssen noch ja bis dahin sind wir da wir sind auf dem weg ich zieh durch mehr ist noch da nordisch ich bin gerade angekommen ja ja bitte warte auf uns benutzt ihr auch Sprengbolzen und sowas nein 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 alles bis heute auf bis zum letzten oh dann weiß wo ich bin wir haben bis jetzt jedes mal wenn wir uns einen vorteil erkauft haben dieselbe idee gemacht wir hängen die Sprengbolzen an schluss ich bin ja doch mein ich bin auf dem weg ja schön ich bin auf dem weg zu dir du musst dich mal zur orientierung ja gut ich habe hier zwei blaue ich bin schon bei dir ich bin sichtweite ja ein blauer bestlaufstag einer links neben dem baum am westen danke Seramelli 5 Euro nochmal Dankeschön ach wo sind wir denn jetzt überhaupt bei 17.600 in hinter dir oder bei einer Menge bei einer Menge ja das hat keiner gedacht Achtung 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 das ist ein Zombie Achtung krass einfach nur krass so dann machen wir noch ein paar leider weniger leider weniger äh leider weniger Spitzen danke man bitteschön habe ich ihn da hingelegt ich dachte es steht ihm die Zombies lenken aber auch mega mies ne sind die da noch drin ja ich finde die Zombies sind gar nicht so schlimm die Gegenspieler sind halt so hart schlimm irgendwas schlägt hier in der Nähe ein irgendwas beschießt uns wir haben die Kiste geöffnet die machen sich auf den Weg ah fuck ich bin beschossen in welcher Richtung waren sie unterwegs einmal weniger ich renne zu deren Lager und probiere den den Runner abzufangen und was die grünen ja einer von den grünen ist unterwegs mit ach ich bin tot hat nicht geklappt schade 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 ich bin leider gestorben ich habe zu viele Zombies oh fuck Leute ich habe Probleme also wenn wir die nächste Stellung machen ich hätte dann auch gern irgendwie mal eine Armbrust ich will auch mal Armbrusten 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 du willst auch an die Brust okay ich verstehe es schon ja okay seid ihr jetzt alle down äh oh Zombie Horde Bäm ich will keine Zombie Horde doch Anja ich bin nämlich vor deren Base und hab hier Zombies am Arsch was hast du ich bin auch im Weg zu dir er lässt sich die Tür von auf Suryon ich mach die 300 Spenden erstmal voll lieber Porky und alle anderen danke für eure Leistung dankeschön na komm her mein kleiner ja ich will jetzt auch eine Nacktmassage bitteschön bitte die Achtung ist irgendeine P.O.I. noch zum Looten dort die mit den Beeren drin ist glaube ich noch neu wollen wir uns auf die konzentrieren ja weil bevor wir hier alles versuchen wir gehen zu denen ja sie konnte ich level noch kurz weil ganz ehrlich das bringt überhaupt nichts wenn wir da ja 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 ich bin absoluten weil das macht mehr Sinn als wenn wir jetzt weil die können sich jetzt noch was kaufen das ist schön ich glaube ich glaube die hat auch schon jemand mehr gemacht in der Zeit guck einfach in diesem Jahr legen sie wieder los die Situation da draußen ist kurios oh vielen Dank hier etwas mehr und der Zweck ist wieder echt groß danke ne da waren die gerade drin Dankeschön ach danke an alle Spende hier solche lieben und danke an alle Zuschauer die ihr dabei seid und das mit eurer Anwesenheit unterstützt Nuna ich bin bei dir ja hast du die besichtigt schon ne noch gar nicht gehen die eins die anderen beiden POIs einmal gucken ja essen ne das ist schade bin bei dir eins sind noch Zombies rennen die wird also noch neu sein dann aufi ich verteidige die gelben sind am Haus bei euch ich habe gerade mit dem Gelänge der Zombies schon Riesenprobleme hier drin ja die haben mich gesehen jetzt habe ich ein Problem au fuck hey wir werden hier komplett eingeholt Leute Vorsicht pass auf da sind noch viele hier drin ja die gelben ja die gelben lass uns rausgehen wir wollen nicht denen ihre Arbeit machen ja ja aber ich will die X4 von den Zombies haben ja aber das ist damit legst du denen die Kasse frei wenn wir gleich drauf gehen würde ich nicht machen ja die 100 nehme ich mit den Rest du läufst am besten durch okay wo seid ihr denn alle hinten ich komme in der eine Richtung gelaufen 100 Volins habe ich zumindest schon mal den Rest werden die sich jetzt holen nö wir bleiben hier du läufst durch wir verteidigen けど ja ja ich hole mir gerade den Upsa was ist das? ich bin in die falsche Richtung los gelaufen nein ich hab ja keinen Staminer mehr sehr gut Asgard in die blauen nicht gewesen wie er dort immer die diese blauen nur abstauber blau blaues gruppzeug genau abstauber was gefunden und das für die kleinen spenden kleiner als drei die sind alle hier am feiten gelb gegen blau das mal raus geht ja nicht kommenten alles gut ich habe mich ein bisschen zurückgezogen ich lasse die mal feiten die sollen sich ruhig genauer ganz aus dem hintergrund schönen so ein paar stacheln die wir gesetzt haben bin bisher glaube ich ja mein ja deswegen also der versetzte zombies auch ziemlich stark also die haben ganz schön als hier ist richtig versatz für nahkampf ganz schlecht ja wie gesagt nahkampf finde ich auch ganz okay aber so fallenbogen das läuft hier haben sich zurückgezogen das ist hier nicht ganz richtig aktuelle ich kann ich gehe mal weiter ist es jetzt genutzt oder nicht oder es ist nur gefaltet ich sehe keinen öften straßen ja da waren auch so viele blauen so viele gelbe und grüne die haben sich gesetzt gefaltet dann hast du das mal weg also ich sehe keinen mehr ich guck die ganze zeit da drüben hier sind blaue wo ist da drüben ach auf dem ok auf dem hügel ist ja ja die haben sich eben auch da jetzt nicht ihm wartest du denn wenn die eier hingetan die gesammelt hat es oder waren das nur die zwei moment ich hatte sieben oder acht stück das problem ist ich bin mir nicht mehr sicher ob in dem häuser fall den jeder direkt bei uns gemacht habe ich sie dann verloren habe deswegen das kann sein ja deswegen habe ich gesagt diesen fight davon abbrechen das klingt nicht wie viel bock ich jetzt auf eine snipe hätte das richtig schön so da müssen wir aber genau so oft sterben wie die vorher leckts halt haben wir uns beide seid ihr beide da ich sehe gar nichts hier leise 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 gelb hat überlebt gelb ist weggelaufen ja wir sind zu deren basis glaube ich wieder zurück ein ewiger kreislauf des gehens und kommens kommen zu euch dann können wir uns die kiste schnappen die tausend werden halt echt wichtig dass wir die noch kriegen auf dem weg habe einen getroffen aber nicht getötet hat keine ahnung wo der schluss her kam aber eingetroffen war ganz nett ja der hat suchst du job du bist der job sehr geil okay die haben es gut die admins hier dran doch zwei sind wieder im osten auf ja da kommt es dazu immer verfolgt mich hier schon wieder danke für die schrulligen alten ach schade tut man leider sagt ich war nicht die feuer hat ein riesenproblem ihr schlägt euch die köpfe ein ich ziehe was in den top hinein kleiner als drei in der vielen lieben dank bin in pol 3 und heute kiste auf ja sehr gut wir versuchen zu beschäftigen und zu nerven hier leckt es in diesem ja total total ach vier kills werden sterben nur an diesen zombies weil ich mich nicht verteidigen lauft ihr bitte über südosten süden hierher weil da die gegner nicht aber das ist mehr sinnig weil sie sitzen alle hinten auf diesem ich habe zwei blaues komplett weg hat jemand noch was dabei zum essen oder trinken nee ich hätte zwei dosen trinken genug und dose einmal lachs und einmal suppe aber nichts wildes der bauer noch einen halbverband ja das ist viel wenn der tag lang ist wenn du in pol 3 reinkommen möchte für dich dir das runter werfen lauf und dass sie die dose nicht auf dem fuß fällt und der nächsten danke dom 18 66 endlich sind aus richtung norden kommen grüne möchte sich die sehen so ist die geschichte die info kam ein bisschen spät ich habe die blauen kommen auch die habe ich gesehen ja blau kommt grün kommt zwischen escape schuldigung aber ist auch egal gegner ich habe das gefühl ich habe das gefühl die haben unsere taktik gesehen die nächste waren so ruhig egal juna hey wunderschönen guten abend herzlich willkommen schön dass du da bist so seid ihr denn aktuell ich werde von feralzombies in der gemetzelt mhm ich kenne das problem ach ich bin gleich wieder tod auch alter was ist das für ein zombie hier ich habe auch noch mal raus was noch mal 100 euro von scarfast 100 euro von toaster 75 von österl äh osterländer alderschönen vielen dank danke schön vielen dank natürlich auch doch ich bin auf dem weg warte wir sind fast wir zwei sind noch hier juna steht auch noch oben ja ich gehe gerade ich habe noch fünf punkte sollte ich gerade mal ein bisschen ich habe auch noch zwei ja das vergisst man nämlich zwischendurch deswegen war das jetzt erst mal ein ja können wir so wie schaut dann aus dann kann ich ja eigentlich noch schaut bei euch aus mit mit bolzen soll ich euch noch bolzen kraften oder mir ja war ja warum wir sowieso noch hälfte 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 aber auch feine ja klar wenn wir genug geld haben ich würde gern statt dem bogen vielleicht ein crossbow oder irgend sowas nehmen oder richtig schnell macht doch sowas nicht ich muss jetzt mit kraft ist ja auch nicht diese alte kajero